Good morning, good morning und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier auf meinem Kanal. Ich habe euch ja gesagt, ich will versuchen, diesen Monat ab gestern, also nicht von Anfang des Monats, die Idee ist mir irgendwie spontan gekommen, jeden Tag ein Video für euch aufzunehmen und ich würde mich da natürlich über jeden Support freuen, wenn ihr ein Däumchen nach oben da lasst, ein Abo, falls ihr noch kein Abonnenten auf meinem Kanal seid, etc. Dass wir zusammen den Monat durchziehen, würde ich mich echt sehr, sehr drüber freuen. Heute spielen wir Black Ops 4. Ich glaube, wenn mein Gedächtnis mich nicht trübt, ist Black Ops 4 gerade kostenlos, bin mir ziemlich sicher eigentlich. Yes, aber das nehmen wir natürlich nicht in Titel, weil das sind Haptics-Titels. Ich habe hier auch eine Flasche Wasser und vor einer Stunde aufgestanden und habe noch kein Wasser getrunken. Das ist für mich ganz schlimm, Leute. Ich trinke, glaube ich, 4-5 Liter am Tag und wenn ich aufstehe, trinke ich erstmal, keine Ahnung, so viel auf einmal und deswegen trinken wir wenigstens... Bis dahin ist es jetzt ungefähr... Ja, bis dahin trinken wir jetzt einfach in diesem Video. Das muss am Ende des Videos, muss diese Flasche leer sein. Easy, schon Hälfte weg. Übrigens, Leute, ist das einer meiner liebsten Pullis von Dev. Es ist so krass, dass ich Partner von dem bin. Ich freue mich richtig. Einer, wie gesagt, meiner liebsten Pullis. Ich glaube sogar meinen Lieblingspulli überhaupt. Und der Farbe auch her. Finde ich richtig geil. Gerne mal in der Videobeschreibung vorbeischauen. Könnt ihr euch den auch gönnen. Wenn ihr über den Link holt, unterstützt ihr mich. Da würde ich mich sehr, sehr freuen, falls euch da was gefällt. Ihr habt echt geile Sachen. Okay, jetzt gehen wir aber direkt rein ins Game. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video und ich würde sagen, let's go. Oh Mann, dieser Black Ops 4 Sound. Leute, das ist geil. Und jetzt? Ich lieb's, ich lieb's. Leute, Black Ops 4 war wirklich ein geiles COD. Und dann kam die VMP und Mike Ramji. Oder wie ich sagen würde, Mikronk. Okay, wir schauen mal Liste. Partyspiel, Moshpit, was ist das? Waffenspiel, einem Lauf, Infiziert, Stock und Stein, Requisiten, Jagd. Finde ich sehr, sehr geil. Vielleicht nehme ich gleich danach noch so ein Video auf. Aber jetzt will ich erstmal natürlich ein ganz normales hier TDM machen wie eine Runde. Ich weiß gar nicht, was ich für Klassen habe. Müssen wir mal reinschauen. ICR, Schwertfisch. Ich bin eigentlich kein Burst-Spieler. Leute, ah, ich habe hier ja auch Dark Matter. Oh mein Gott, ich bin so ein Sweater. Oh, nein, Mann. Leute, ich bin so ein Sweater. Das ist wirklich unglaublich. Mann, wie heißt denn das? Ich habe die halt aus dem Schwarzmarkt gezogen. Das ist eine... Mann, ich habe gerade den Namen vergessen. Ihr wisst, was ich meine. Okay. So, okay, die Lobby sieht ja sehr köstlich aus. Vielleicht ist das ja eine... Und Gridlock mag ich auch. Leute, ich glaube, ich meine erste... Was ist hier? Die ist in Newcast of Gridlock? Komm, sei. Okay, okay. Okay, ja, ich will hier... Ich will hier Slide canceln. Nee, nicht. Nicht so wirklich. Wir beginnen mit einem Kill. Das ist ganz wichtig. Oh Mann, das Spiel ist so gut. Black Ops 4 ist so ein gutes Spiel. Oh, es ist so satisfying, Kills zu holen. Es ist so unglaublich satisfying. Oh mein Gott, Leute. Ich habe es so vermisst. Ich liebe Black Ops 4. Nur die VMP und die Micro-MG machen halt wirklich alles kaputt. Hä? Oh, ich habe schon genommen, Lull. Die machen halt wirklich alles kaputt. Aber an sich ist dieses Spiel... Oh, es ist aus der Stelle zwei Kills zu machen. Ich liebe es. Die Engine von dem Spiel ist so gut. Black Ops 4 anfangen. War so heftig. Wo sind die denn alle? Mein Fußjutsch. Oh. Nein. Oh. Oh. Oh, lol. Ah. Ich bin gewohnt, auf den Pfeiltasten Drohne zu aktivieren. Lol, wie der da steht. Oh, das Spiel ist so gut. Ich liebe es. Oh. Oh, wir haben Drohngeschwader. Das ist big. Das klappt uns halt viele Kills. Aber, oh, Leute. Ich bin gerade verliebt. Ich will... Nein. Oh mein Gott. Drohngeschwader, hilf mir. Oh, ich will wieder Main Black Ops 4 spielen. Ohne Witz, das macht ja so krass Spaß. Wenn hier jetzt keine Meta-Waffen kommen, dann big. Danke Drohngeschwader. Oh, ich bin hier gerade in einer ganz blöden Situation. Nein. Bitte nicht. Alter, das Drohngeschwader hat mir jetzt so hart den Arsch gesaved. Drohngeschwader hat mir jetzt echt gar nicht in den Kram. Nein. Oh. Wir sind gnadenlos. Leute, was ist das für eine erste Runde? 17-0. Ich werde jetzt sterben. Ich bin zu aufgeregt. Nein. Ja, ich hab's gesagt. Ja, und mich holt natürlich VMP. Ich hab noch gesagt, VMP, MicroMG, haben's kaputt gemacht. Weiß nicht, ob die Waffen mittlerweile gebalanced wurden. Schade. 17-1, Leute. Oh, Mann. Das Spiel ist so guuuuut. Wie fandet ihr BO4? Also ich mag, Leute, BO2, BO1, natürlich keine Frage, aber Black Ops 3 hatte ich eine geile Zeit. Ich würde sagen, somit freuen uns sogar eine geilere als in BO4. Aber in BO4 war ich besser. Lol, das Tod. Ich schieße auf eine Leiche. Perfekt. Oh. Es ist einfach ein gutes Spiel. Oh, schade. Es ist einfach ein gutes Spiel. Was soll man sagen? Einfach geile, ich weiß genau, wie dieses Video ausschauen wird. Ich hab schon eine Vision davon. Einfach geile Hintergrundmusik. Einfach mal wieder so ein richtiges Gameplay. Black Ops 4 ist vielleicht doch nicht tot. Natürlich ist jetzt die erste Lobby. Vielleicht kickt SBMM gleich auch komplett rein. Aber jetzt mein erster Eindruck. Ich bin impressed. Ohne Witz. Nächste Runde. VMP, MicroMG holen mich die ganze Zeit. Ich sag genau das Gegenteil. Oh. Schau, spielen immer noch viele Leute VMP. Nein. Au. Tja, was willst du machen, echt? Boah, so ein geiles Gefühl. Puh. Ich lieb's, ich lieb's. Ich will die ganze Zeit nur sagen, wie sehr ich dieses Game gerade liebe. Einfach wieder Multiplayer spielen. Ich hab's vermisst. Den hätte ich bekommen müssen. Das war bad von mir. Ich hab's vermisst. Ich hab's so vermisst. Oh, ich vermisse einen guten Multiplayer. Egal, wie sehr ich Warzone liebe. Aber ich bin einfach Multiplayer-Gamer. Schaut mal, Dark Matter ist, ist schon sick. Ist schon sick. Bowie, gib mal kurz Dark Matter einen Quickshot. Hier, schön so einblenden mit geiler Musik. Ich weiß gar nicht, ob ich gerade viel rede oder nicht. Weil ich das... Ich lass das Game gerade einfach wirken. Scheiße, fuck. Nein, du kleiner Pisser. Ich hab keine... Wie hab ich das überlebt? Geil. Es hat so Spaß gemacht. Es hat so Spaß gemacht. Wir haben die anderen so gespielt. Ja, es war halt... Es war wirklich eine krass gute Lobby. Und wir haben den besten Moment. Oh, Dark Matter ist hier so geil. Wenn ihr auch mehr Bock auf solche Videos in der Art habt. Also einfach, Tube. Einfach so ein Video mit geiler Hintergrundmusik. Dann lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt es in die Kommentare. Würde ich mich sehr drüber freuen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ich würde sagen... Tschö, tschö. Die Wasserflasche wurde nie ausgetrunken.